Man muss hier quasi immer die umsteuern. Alter Schwede. Geh auf. Jetzt Beeilung. Nein, komm! Oh, liebe Leute. Oh, was? 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 Ach komm. Ach komm. Ach, das machen wir jetzt anders. Wir fliegen jetzt einfach zu anderen Planeten und gucken, ob wir dort was finden können. Dann wird auch die Folge halt meinetwegen ein bisschen länger, aber... Das kann ja nicht sein. Ja, wieso immer noch die Pillen? Hallo? Hallo? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hallo? Wo liegt das Einsatzgebiet? Ach so, es ist... Hier, oder? Nehmen wir das mal an. Zurückkarte. Hier. Oh, Piraten. Die Musik geht los. Tftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft Spiel jetzt so von den IOS-Geräten hier reinpasst, das kann ich noch nicht sagen. Wir sind in dem Spiel noch überhaupt nicht weit. Sie haben eindrucksvoll ihr Können demonstriert, Mr. Maxwell. Ich werde es weiter empfehlen. Das wird er hoffentlich machen. Space Launch, was gibt es denn hier Schönes? Die Piraten bei Vahastra, aha. Ich habe drei... Geld haben wir gekriegt, Frachtraum ist leider, würde ich mal sagen, nehmen wir mal... Nein. Ich habe mit jemandem eine Rechnung offen. Und dann starten wir hier gleich mal. Und zwar zum Wegpunkt. Ja, 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 das werde ich noch oft genug hören, das ist nicht so flühen. Oh, es geht schon los. Huch, ach so. Ich muss erstmal den Wegpunkt auslocken. Oh, jetzt ritter sich zu uns, jetzt beginnt's. Besser wäre es theoretisch, wenn ich den mal treffen würde. Und nicht immer den mitten rein fliegt. Ja, auf. Nein. Ah, okay, schon war es... Ich habe mich nicht in Ihnen. Vahastra-Station. Okay. Oh, was sollen wir uns aufrüsten? Neue Waffe ist doch ein... Ja, aber... Ja, locken wir mal beide auf und verkaufen wir mal beide. Okay. Jetzt haben wir 10.000. Nehmen wir mal die einfach. Drei Personen. Haben Sie ein schnelles Schiff? Mal kurz gucken. Ob, hier gibt es keine Kabinen. Okay, dann bringt es eh gar nichts. Du wirst auch schnell, Leute. Werden wir gleich annehmen. Was war zum Wegpunkt? Ja. Hoffentlich verpasst du nicht alles. Oh, nee. Nein. Boah, im letzten Moment rausgedreht. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, wie viel Prozent hat der noch. Oh, jetzt rennen die sich gegenseitig doch um. Ich kann ja nicht anvisieren. Heißt, jetzt muss ich erst zum Wegpunkt fliegen, oder was? Oh. Die wollen mich doch verarschen. Toll, der kriegt doch jetzt die ganzen Punkte. Ach so. Toll, das bringt doch gar nichts. Müssen wir noch zu dem Wegpunkt... Ach komm. Was? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Jetzt geht's. Nein. Mann. Das war's jetzt. Nein. Okay, es gibt noch einen. Das ist gut. Können wir noch ausgleichen. Okay. Wegpunkt auslocken. Und schnell hinfliegen. Okay. Das macht echt so wenig Damage. Na also. Da ist und da ist. Das ist wahrscheinlich der Letzte jetzt. Fuck. Ich hab's gekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Und dann fliegen wir gleich zur Vastra-Station wieder zurück. Und da fliegt uns ein Komet entgegen, den wir zum Glück nicht treffen und auch dadurch keinen Schaden bekommen. Und der hat uns geholfen. Und... Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Galaxy und Fire 2. Und... Tschüss.